es ist es ist nicht leicht es ist wirklich nicht leicht division liebhaber zu sein ein lieblings fan des franchise wie die meisten von uns es ist es ist nicht einfach es ist wirklich nicht einfach ich mein oder mir ein bisschen zurück wir haben heute den siebten zweiten heute sollte die season 11 mit dem tier 17 erscheinen gestern am 6 und 2 hörte der live stream ja sein sollen hätte sein sollen aber nicht wegen der verschiebung bringen der probleme in der lokalisierung so es ist nicht leicht ein division fan zu sein ist wirklich nicht leicht weil das spiel macht es einem auch wirklich schwierig 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 mit diesem super spiel man muss manchmal muss man mal im ellbogen schön ein übermessen so schön in die rippen rein so ein bisschen bisschen ist immer gut so was ist los hier funktioniert nichts mehr so einige sachen funktioniert nicht mehr ich bin ja ein open world liebhaber ich stelle ja gern die ich stelle ja gern die welt in der open world ich stelle sie gerne um jetzt kontrollpunkte zurück und ja wähle meine meine direktiven es geht nicht mehr das ist kaputt dich kaputt geht aber nichts mehr jetzt zu hart ist aber was bisschen was richtig geil ist und dann hier ist der oberhammer so die season sollte ja verlängert werden und so ist nichts mehr ist kein season ist nichts mehr ist nicht mehr da kannst du nicht mehr drauf zugreifen in ganzer weise kannst nicht mehr einsehen kann nichts aber das geile ist hier so sieht es mein fortschritt der uns angezeigte fortschritt empfohlene aktivitäten keine aktivitäten okay musstet mir nicht so aufs brot schmieren das ist schon geil was willst du anderes machen als lachen bleibt dir nichts anderes hilfreich es kann nur besser wenn es wird besser ich kann mich wegschmeißen wir haben die kuriosesten bugs ist unfassbar es ist unglaublich da komme ich drüber hinweg das ist aber herrlich leute wir schmunzeln drüber und ja und wir schmunzeln drüber ich bin gespannt wann sie das fixen ob sie jetzt ob sie jetzt wirklich zeitnah die sie sind elf dann raushauen ich tippe in den nächsten ein zwei wochen durch durch die probleme oder halt einen hotfix raushauen was super wäre jeden fall wir werden zu leben leute schreibt mir was ihr dafür denkt vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal macht's gut so